Wir haben Teddys letzte Ölung, diese neue Stadt, auf der Wüste gebaut. Teddys letzte Ölung so benannt, weil Teddy der Allerwerteste auf Grundeis geht, weil er sicher nach der letzten Ölung demnächst verlangt und weil wir hier Öl bekommen. Hier Öl gebaut, erstmals angeschlossen mit einer Ölpumpe, Öl als strategische Ressource. Einen Zeitalterpunkt haben wir bekommen für die Wüstenstadt, die hier entstanden ist. Ein letzter Zeitalterpunkt fehlt uns nur noch zum goldenen Zeitalter. Den holen wir uns nach dem nächsten Rundenwechsel, dann wird das Panzerschiff freigeschaltet sein. Eins müssen wir ohnehin kaufen, um einen Boost freizuschalten. Dann haben wir das Heldenzeitalter erreicht. Weitere Produktion, weitere Produktion. Hier vor Ort, wir kaufen erstmal die Dinge, die man ohnehin braucht. Wir kaufen ein Monument. Wie sieht es aus mit den Händlern? Handelsrouten alle belegt. Der nächste freie Händler, den schicken wir hier hin und schicken ihn dann rüber. Was wir jetzt immer noch machen, Glendefelder kaufen. Wir kaufen das hier auch dazu. Jetzt gehen wir hier hin und holen uns hier die Mine. Noch mehr Kohle. Das bringt zwar nicht viel an Nahrung, aber sehr viel an Produktion. Sieben Produktionen vor Ort, das heißt Bezirke entstehen hier verhältnismäßig schnell. Das ist echt wichtig. Den ersten Bezirk können wir jetzt sofort bauen, den ersten Stadtbezirk. Und den nutzen wir für einen Hafen hier oben. Das liegt eigentlich Teddys letzte Ölung in der Reichweite des Wasserparks. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis zu neun Felder auch. Das ist sehr cool. Vielleicht bauen wir hier nachher noch einen Wasserpark. Wir setzen hier einen Hafen hin. Der bekommt Nachbarschaftsboni noch und nöcher. Durch jede Wasserressource dabei ein Gold. Und durch das Stadtzentrum 2 also plus 4 Gold. Da kommt der Hafen hin. Das dauert eine Weile, weil wir mittlerweile so viele Hafen schon haben. Jeder neue ist ein bisschen teurer. Aber das kriegen wir schon hin. Jetzt. Wir können auch schon mal, damit wir das nicht vergessen, den Kornspeicher kaufen wegen Wohnraum. Aber das ist eigentlich nicht nötig. Das können wir auch lassen. Das machen wir später. Das ist nicht nötig. Jetzt geht es Richtung Westen. Wir haben noch einen Technikbonus auf Plastik bekommen. Durch das Öl. Hier haben wir die Angraffe gemacht. Der bleibt einmal hier stehen. Wir klicken auf Verschanzen. Dann haben wir einen plus 3 Verschanzungsbonus. Einen kleinen. Wenn wir darauf klicken, nachdem der schon ein bisschen was gezogen hat. Die großen Generäle müssen noch puzzeln. Die können alle nicht mehr ziehen. Die Stadt kann zweimal. Zweimal feuern. Nochmal feuern. Bringt nicht viel, weil noch kein Seher da ist. Schaden kann es aber auch nicht. Das bringt uns gar nichts mehr. Also den Belagerungsturm können wir irgendwo hinziehen. Den können wir aber auch jetzt einfach auch schon weglassen langsam. Das ist irgendwie der Matthias Sightseeing. Den schleppen wir irgendwie mit uns rum. Guck mal, dass ich hier oben rumkomme. So, hier geht's Richtung. Das Öl müssen wir uns demnächst auch noch holen. Und der Kollege hier. Das ist nur noch eine Aktion. Der hat viele. Der kann hier oben noch ein paar schöne Dinge machen. So, und hier. Vier Aktionen mit dem Handwerker. So, noch eine Richtung Osten schon mal schicken. Einmal nehme ich im Augenblick nur einen und er hat nur noch vier Aktionen. Aber einer ist, glaube ich, schon unterwegs. Der hier. Der geht schon rüber. Hier hatten wir eben Cola angeschlossen. Gibt's ja Wohnraumprobleme. Kaum. Geringe. Aber nicht wirklich. Zieh mal rüber hier auf die andere Seite. trauen uns neben den Vulkan zu ziehen. Hier ist eine Plantage entstanden. Das nächste Feld ist, glaube ich, das... Nee, ist hier unten eines. Okay. Aber einen Tee kaufen müssen wir nicht kaufen. Ist nicht nötig. Hier können wir noch Fische anschließen. Der sagt hier mal bitte eine... Der bleibt hier mal stehen. Das ist ein Reparierer. Der geht hier rein und bleibt hier auch stehen. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen lustiges Generalspuzzle machen. Immer Dreier Reichweite. Das ist Dreier Reichweite. Der steht hier optimal. Da haben wir noch einen großen General. Hier. Der steht auch gut. Das ist der hier. Der kann so stehen bleiben. Und er könnte schon mal auf die andere Seite rüber. Genau. Der macht einen Poise. Der könnte auch schon mal eins vorziehen. Der bleibt erst mal hier stehen. Der große General hier. Bleibt bitte hier auch stehen. Einmal an Land, wenn ich bitten dürfte. Und eine Runde weiter. Wir haben einen Gouverneurstitel übrig. Den wir im Augenblick noch nicht einsetzen. Darüber hatten wir debattiert. Eventuell brauchen wir den für einen Zeitalterpunkt. Aber wir wollen gleich ein Dampfschiff kaufen. Deshalb setzen wir den vielleicht ein. Nach dem Zeitalterwechsel, den Moksha, um da was abzugreifen. Alles bleibt, wie es ist. Eine Runde weiter, Leute. Nochmal, einmal eine Runde weiter, ja? Bine Maja meldet sich. So lieb. Lass mich dein Willi sein. Acht. Acht mal dreißig. Sehr schön. Finde ich total zauberhaft. Die ist immer so gut gelaunt. Die wirkt da. Also, wenn... Sie ist im Augenblick weit weg. Sie ist so gut gelaunt, weil wir ihr noch nicht gesagt haben, dass wir irgendwann an sie rantreten und sagen, ei, liebe Bine Maja, wir müssen ja leider den Stachel ziehen, denn wir brauchen deine Hauptstadt für den Herrschaftssieg. Also, irgendwann mal. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Ich finde sie grundsympathisch. Sie hat so eine lebensfrohe und trotzdem in sich ruhe, gelassene Ausstrahlung. Ich mag die sehr. Ich mag die echt sehr. Aber sie hat etwas, was ich auch begehre. Macht. Macht, macht Menschen zu unmensch. Ich weiß nicht. Wollen wir gar nicht rumphilosophieren. Wer nimmt das Geschenk auf jeden Fall an? Die Sterne stehen günstig. Noch, noch für dich. Man greift uns an. Oh, das saß. Das war... Oh, der junge Herr Lautaro, der Anführer der Mapuche. Lieben Tag. Hör mal, wenn du so großzügig zu uns bist, Lautaro, dann darfst du dich nicht wundern, dass dir kein Hemd leisten kannst. Ich nehme das an, aber das nächste Mal behalte ruhig ein paar Gold übrig und kauf dein Hemd, Junge. Kauf dein Hemd. Was ist jetzt passiert? Oh Gott, ich kann die Maus nur noch ganz langsam bewegen. Bin ich in irgendeine Taste gerade gekommen? Was ist denn jetzt los? Himmel, was ist los? Oder bin ich verhext worden? Ist ja sein Anschlag von Teddy. Mist, ich habe in meiner Maus, in meiner RG-Maus, wo es tausend Tasten gibt gerade, irgendeine Taste erwischt, mit der man irgendeinen Regler, den DPI, irgendeinen Regler erwischt, mit der man sich langsamer bewegt. Aber welcher war das? War das der hier? Ja, das war der hier. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Nein, nein, nein. Jetzt wieder super langsam. Jetzt wieder super schnell. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Oh, sehr schön. Der Herr Grünpfau. Der Anführer der Aztek, mit dem wir uns ja sehr gut stehen. Wir haben eine Kulturallianz mit ihm. Alles klar. Wir nehmen sein Geschenk. Danket und... Jetzt ist die Maus viel zu... Oh Gott, ganz ruhig bleiben, Daniel. Ganz ruhig bleiben. Wir nehmen das Geschenk an. Oder sind wir doch verhext worden gerade von Teddy? Ich mache mal ein bisschen Sorgen. Einer nach dem anderen. Der pöse Porsche. Liebe Grüße Richtung Spanien. Hallo, Philipp. Ich sage immer Philipp und nicht Philipp, weil ich finde, du bist ein... Ich weiß nicht was. Irgendwas. Wir nehmen das Geschenk gerne an. Der Herr segne euch. Ich bedanke mich. Auch eure Hauptstadt einmal, Philipp, erwachte ich in unserem Portfolio zu finden. Die haben alle Angst. Ja, das könnte sein, Orsi. Die haben alle Angst. Fussellini. Liebe Grüße Richtung Brasilien. Danke dir. Auch er schenkt uns einiges. Nehmen wir gerne an. Danke, Fussellini. Wenn du so lieb bist, das ist... Du bist ziemlich weit weg. Es könnte anstrengend sein, bis wir bei dir sind. Vielleicht wärst du so liebenswert und könntest mir schon mal eine Hängematte aufspannen bei dir im Palast, ja? In einem schattigen Plätzchen im Palasthof, bitte. Oh Gott, wir werden grüßen wahnsinnig. WB, der Schutzgeld erpresse, schreibt Professor Pati. ob die menschliche Rasse durch den Vormarsch der Wissenschaft über die Dampfmaschine hinaus etwas gewonnen hat. Wir bekommen, um es noch mal kurz zu sagen, weil ein paar irritierte Rufe gerade waren im Chat, dass deshalb, weil wir den Apokalypse-Modus spielen und weil wir halt ständig, weil bei uns ständig Naturkatastrophen geschehen und die anderen Leute haben sich bei einem, haben einen Wettbewerb gestartet im Weltkongress, um uns zu helfen. Die bekommen dafür dann Diplomatiepunkte, irgendwelche Geschenke und wir bekommen Gold, Gold, Gold. Finde ich gut. Finde ich ganz gut. Das Gold hilft uns, um sie danach militärisch in die Knie zu zwingen. Alles gut, alles, alles richtig. Gewasserte Einladen, schnell unterwegs. Eisenbahnbaubar, sprich, wir brauchen demnächst einen Militärpionier, nur er kann das bauen. Kanälebaubar, das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Panama-Kanal als Welthunder, auch nicht so wichtig, aber ein Panzerschiff. Das gibt uns jetzt den letzten... Wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn schon. Achtung. Wir haben ihn schon. Das war er. Das war der letzte Zeitalterpunkt, den wir brauchten. Wir haben einen Handelsweg erfolgreich abgeschlossen, haben aufgrund der Münzreform dieses Widmungsbonus einen Zeitalterpunkt bekommen. Und das war der 131. Punktlandung. Besser geht's nicht. Punktlandung, Leute. Eine Runde vor Ende, vor dem Zeitalterwechsel. Eine Runde vorher. Genau die benötigte Zeit, Anzahl von Punkten für das Heldenzeitalter. Das man nur bekommen kann, wenn man aus einem Dunklen startet und dann ein Goldenes bekommt. Das liefert uns gleich die Möglichkeit, statt einem Drei-Widmungs-Boni freischalten zu können aus dem Vierer-Angebot. Habt ihr das schon mal erlebt? So eine Punktlandung? Ich bin so stolz auf uns, obwohl wir zwischendurch auch mal was falsch gemacht hatten. Ich glaube, ich hatte irgendwie ein Barbarenlager, wenn ich mich richtig erinnere, oder vielleicht war es auch in einem anderen Let's Play, versehentlich nicht erobert, sondern durch die Stadtgründung ausgelöscht. Kein Punkt verschwendet, schreibt BigLab. Fein gemacht. Leute, das war gut gemacht. Danke für die vielen aufbauenden Emotes. Das haben wir hinbekommen. Sehr schön. Alles klar. Ja, genau. Zwergelstern schreibt im Chat, ein guter Bulle schreibt nur so hoch, wie er muss. Leichte Abwandlung eines bekannten Sprichwortes. Völlig richtig, Zwergelstern. Du triffst den Nagel auf den Kopf. So ist es. Nice. Sehr, sehr nice. Weitere Zeitalterpunkte versuchen wir jetzt sogar zu vermeiden. Echt, ich traue mich kaum zu ziehen. Nachher ein falscher Klick, ein Erfolg, der geschieht, ein Zeitalterpunkt, den wir bekommen und der wäre zu früh. Jeder Zeitalterpunkt in dieser Runde wäre zu früh, denn die verfallen beim Wechsel von einer Epoche zur anderen. Wenn wir uns jetzt noch einen holen, den 132. bringt uns das nichts, sondern schadet nur potenziell, weil das ja einer wäre, den wir nächste Runde in der Regel auch freischalten können und dann hilft er uns fürs nächste Zeitalter. Ich traue mich kaum nicht zu bewegen. Ich traue mich nicht, den Stuhl rauf und runter zu fahren und ihm eine zu hektische Mausbewegung und es könnte vielleicht einen Zeitalterpunkt geben für schnellster Mausklick dieser Partie. Gibt das vielleicht einen Zeitalterpunkt? Vielleicht gibt es so Easter Eggs. Längster Monologe aller Civ-Let's Player international seit drei Jahren. Zack, Zeitalterpunkt. Oh Gott, muss ich schweigen? Ein Albtraum. Ein Albtraum Sondergleichen. Ich glaube, ich sage gar nichts mehr. Ich glaube, ich sage gar nichts mehr. Ich ziehe mal lautlos weiter, Leute. Ach, ich weiß nicht, wie gut ihr Nippen lesen seid. Ich sage es einmal noch laut. Das ist das erste Mal, dass wir ein Gebäude freigeschaltet haben, gebaut haben, was Energie braucht und dadurch ist das neue Spielfeature Energie quasi mit drin im Spiel und Energie erzeugt man durch Kohlekraftwerke durch diese Epoche. Aber ganz leise weiterspielen, Leute. Ganz, ganz leise weiterspielen, ja? Baut keinen Scheiß. Anders Clip. Danke dir für dein Abo. Danke dir. Ganz leise weiterspielen, Leute. Wir brauchen Energie. Wenn wir keine Energie haben, geht die Welt nicht unter. Nur die Gebäude, die wir dann gebaut haben, sind dann nicht ganz so produktiv. Oh, wie hübsch habt ihr gesehen. Wir haben die Fabrik gebaut. Gibt drei Produktionen. Hätten wir Energie, gäbe es nochmal drei. Aber es gibt ja etwas, was wir machen können. Kohlekraftwerk. Kaufen oder bauen? Kohlekraftwerk. Kaufen. 1200. Das ist bei uns die Portokasse, Leute. Wir haben 6309 Gold auf der hohen Kante. Wir erzeugen 447 Brunner. So ein Kohlekraftwerk. Aber wenn wir es kaufen, würden wir wahrscheinlich wieder einen Zeitalterpunkt bekommen. Ja, jetzt nicht. Nach dem Rundenwechsel. Gut, dass du es sagst, aber nach dem Rundenwechsel natürlich. Dann hauen wir es raus. Es wird nicht gebaut. Das Kaufen gibt auch Punkte, Leute. Das Kaufen. Meint ihr, das Kaufen bringt kein... Doch, das bringt auch Punkte. Das ist doch kein Unterschied da bauen oder kaufen. Matsumen bringt das einen Unterschied. Werden wir neu? Nö. Nein, nein, das macht keinen Unterschied. Alles gut. Alles gut. Was wir aber schon mal kaufen können, wir ins Zoo. Denn das würde mich sehr überraschen, wenn der Kauf eines Zoos Zeitalterpunkte bringt. Zoo boostet auch alle drumherum. Schaut mal bitte. Eine Bonusannehmlichkeit für alle Städte hier drumherum. Einmal Zoo hier in Cusco. Hier ist der Unterhaltungsdistrikt. Sechs Felderweit Bonusannehmlichkeit. Dijenpasha, Ayacucho, Kachamarca. Wobei Dijenpasha auch durch Reißzind profitieren würde. Profitieren würde. Die sechs hier. Die vier hier profitieren. Einmal kaufen, Leute. Ja. Brachte keinen. Alles gut. Blick in die Annehmlichkeiten. Ja. Endlich sind die Bürger wieder glücklich. Die waren zuletzt nur noch zufrieden, bisweilen unzufrieden. Jetzt sind sie glücklich. Wir machen unsere Menschen glücklich, Leute. Das macht mich wiederum glücklich. Das finde ich alles sehr cool. Also, Stadt und Energie wird gleich gebaut. Kohlekraftwerk wird gleich gekauft. Wir bauen jetzt was anderes. Wir reparieren mal die Wassermühle. Wir haben hier nämlich Nahrungsproblemchen in der Stadt. Dann werden die gleich auch verbessert. Das geht ja ganz fix. Nächste Forschung. Dampfschiff kaufen wir gleich. Müssen wir dran denken. Wir checken auch gleich mal die Militärpioniere. Stahl. Kommt gleich der Boost. Dann Artillerie wird uns extrem helfen. Kohlemine haben wir ja schon für den Boost. Handelsposten hier erstellt. Versprechen gebrochen gegenüber dem amerikanischen Reich. Truppen von der Grenze bewegen. Leute, komm. Dann haben wir halt, ich kann mich. Also, ich finde ein Versprechen zu brechen. Da kann man sich auch versprechen und sagen, es wäre ein Verbrechen. Ein Versprechen nicht zu brechen. Oder? Ich denke, das kann man so sagen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Feuer erloschen hier vorne. Feuer entfacht hier vorne. Irgendwas passiert auf der Welt. Irgendwo fällt ein Sack mit Reis um. Flussüberschwemmung verhindert. Stadt ohne Energie. Was soll's? Kriegserklärung. Ganz, ganz viele. Frieden. Banda Brune ist zu Lauterung übergegangen. Der Stadtstaat. Das ist wieder die Stadt mit der Energie. So, jetzt checken wir mal, dass mit den... Achterlie upgraden macht man... Bald Achterlie upgraden. Also Geld sparen. Ja, wenn wir die freigeschaltet haben. Die kommt ja gleich. Die Achterlie kommt dann genau. Das mit dem Zoo kann sein, dass das in der Liste nachher erst kommt. Wir wissen noch nicht, wann das übernommen worden ist. Das kann gleich erst kommen. Das ist richtig. Manchmal brauchen die ein Weichen, bis das eingeblendet wird. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Frage, können wir einen Militärpionier schon kaufen und wenn wo? Haben wir eine Waffenkammer? Ich glaube, wir hatten in DJ in Pascha eine. Ja, hier. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit hier, einen Militärpionier zu kaufen oder zu bauen. Ja, 680. Das können wir uns leisten. Das ist Taschengeld. Bauen ginge auch. Das machen wir aber nicht. Wir kaufen den. Wir kaufen einen Militärpionier in DJ in Pascha. Denn wir haben die Eisenbahnen freigeschaltet. Oder bringt das einen Zeitalterpunkt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der erste, vielleicht die erste Eisenbahn, aber ich glaube nicht, dass ein Militärpionier, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wir kaufen den mal. Ja, 680. Da ist kein Zeitalterpunkt. Alles gut. Und einsetzen können wir ihn in der nächsten Runde erst für die Eisenbahn. Also müssen wir uns auch da über Zeitalterpunkte, über nichts nachdenken. So. Ayacucho. Stadtmauern gebaut. Nächster Schritt. Waffen kann man reparieren. Bringt drei Produktionen mehr. Das sind immerhin 10% mehr. Das sollten wir machen. Schiffswerft. Brechte sehr viel an Produktionen. Noch viel mehr. Machen wir gleich danach. Militärakademie bringt auch sehr viel. Machen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Das wird noch eine sehr produktionsstarke Stadt her. Runwulf schreibt im Chat die erste Verbindung zwischen zwei Städten mit Eisenbahnen. Die bringt die Zeitalterpunkte. Okay. Detlef. Staudamm steht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das heißt, hier, schaut mal, so sieht er aus. Im dunklen, noch im dunklen Zeitalter. Letztes Mal, dass wir den, erstes Mal, dass wir den überhaupt sehen können. Letztes Mal, dass wir den sehen können. Im dunklen Zeitalter. Nach dem Epochenwechsel wird er erstrahlen. Im hellen Lichte eines hellen Zeitalters. So. Was ist der nächste Schritt hier? Der bringt uns Wohnraum unter Annehmlichkeiten. Lass uns auch hier mal nachdenken über den Wasserpark. Neun Geländefelder. Wo könnte man im Prinzip überall? Mal überlegen. Weil neun Geländefelder, das ist schon eine große Entfernung. Detlef hat eine Produktion von 25. Diavolo eine von 25. Meisterlich eine von 30. Lavagrill eine von 36. Die beiden werden prädestiniert für einen Wasserpark. Lavagrill, das ist zu weit weg. Das wird nicht klappen. Meisterlich. Hat Meisterlich schon ein Unterhaltungsdistrikt? Ja. Dann ist es hier nicht baubar. Das wird hier nicht klappen. Dann bleiben übrig Diavolo und Detlef. Diavolo hat keinen geeigneten Standort, weil wir noch ein Wasserfeld kaufen müssen. Das kriegen wir aber hin. Ne, Lavagrill ginge doch. Ja, das ist wahr. Das ging, wenn das von hier aus neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Felder Entfernung bis Detlef. Also das klappt nicht. Und von hier aus. Erster, zweiter, dritter Ring. Das geht nicht. Das haut nicht hin. Neun Felder Entfernung. Detlef. Wenn wir, die sind alle schon belegt. Wir könnten hier ein Feld kaufen. Wenn wir das Feld hier kaufen würden, zum Beispiel bei Detlef. Neun Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht geht. Diavolo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Diavolo geht. Geht Lavagrill. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Hier ein Wasserpark hin. Da kommt der Wasserpark hin. Hier hin. Bauen wir jetzt hier ein Wasserpark hin. Bin begeistert. Ein Wasserpark hier. Nur acht Runde. Zauberhaft. Sehr, sehr schön. Guck mal, wie groß der ist. Der ist hier riesengroß. Unschuldigung. Aschetanz. Aschetanz. Janero fertig. Sehr schön. Nächster Schritt. Wir haben drin im Augenblick nicht die Janero Produktionskarte. Wir können auch jetzt mal irgendwas Friedliches wieder bauen, was uns ja langfristig hilft. Industriegebiet steht hier oben. Hier unten brauchen wir nichts zwingend an eins. Das ist ein Wetten, das ultimativer Industriegebiet fällt. Das sehe ich nicht. Uni wäre eine Möglichkeit. Wohnviertel brauchen wir dringend. Wir haben nur noch. Wohnraum ist alle. Stadt expandiert nicht mehr. Wo? Wo Wohnraum? Neben dem Vulkan wäre sehr riskant. Hier hinten plus drei ist wenig. Wird sich kaum lohnen. Können wir irgendwo noch was kaufen? Das ist hier oben so wenig wegen dem Dschungel drum herum. Deshalb ist das so wenig. Könnten wir irgendwo noch tricksen? Also ich würde ungerne hier diese coolen Sägewerke auf den Regenwäldern kaputt. Hier unten. Plus fünf. Gut bemerkt im Chat. Von Vicom Energy. 230 raus. Hier Wohnviertel hin. Und hier einmal roten. Das hier ist allerdings ein Vulkan. Trotzdem, das geht zwei Geländefelder entfernt. Das ist ein Risiko, dass wir eingehen können. Ich denke, das machen wir. Das ist eine gute Idee von dir. Da kommt das Wohnviertel hin. Und das ist die Stufe. Bezaubernd. Trotzdem fünf. Obwohl es nur bezaubernd ist. Warte, die hier unten sind noch weniger. Ja, vielleicht können wir... Trotzdem, fünf ist okay. Hier kommt es hin, Leute. Regenwald futsch. Ein weiterer Schritt Richtung Klimakatastrophe in der Zukunft und Richtung Apokalypse. Apokalypse, willkommen. Wir sind nachhaltig. Wir bauen nachhaltig. Wir bauen auf das große Ziel hin, dass die Welt irgendwann untergeht. Niemand soll uns sagen, wir hätten keine langfristigen Ziele her. Irgendwann soll die Welt untergehen. Und die Leute werden in der Zukunft sagen können, WB und WBs Bürger, Großkolumbianer, Großkolumbianer, wir verdanken euch, dass wir alle in den großen Abgrund blicken. Wir verdanken euch das weltumspannende Ereignis, dass alle, alle Zivilisationen vereint werden in ihrem Hass auf die Großkolumbianer. Und auf das, was sie gemacht haben in der Vergangenheit. Wir einen die Menschheit. Das ist letztlich auch ein... Wir liefern der internationalen Völkergemeinschaft einen Anlass, sich zusammenzufinden und ein Leben in Frieden und Verzweiflung zu führen. Und darauf können wir auch stolz sein. Wir schieben Völkerverständigung in der Zukunft an und Not. Irgendwas in der Art. So rede ich mir das schön. Glücksschweine. Werkstatt fertig. Nächster Schritt Fabrik. Wollen wir die wirklich bauen? Die zentrale Fabrik, die so viele boostet. Naja. Oder soll man sagen, komm, wir haben es doch, Leute. Oh. Schon gekauft. Ei, wie schnell das geht. Einmal zu schnell geklickt. Zack. Nur noch zwei, vier. Wie schnell das Geld verschwindet. Eben hatten wir noch ganz viel Geld. Jetzt ist es weg. Kaufrausch. Das ist der Höhenflug, der Höhenflug, wenn man einen Feind in die Knie zwingt. Kaufrausch. Glücksschweine. Werkstatt fertig. Ja, Fabrik gerade gekauft. Genau. Können wir auch bauen. Also die fünf Runden. Wir müssen nicht beide bauen. Nicht beide kaufen. Fünf Runden geht schnell. Wir haben auch sonst nichts, was wir bauen können. Uniklar. Wir bauen das Kohlekraftwerk hier. Wir bauen das Wohnviertel. Wir bauen den Aquädukt hier. Hier soll ein Unterhaltungsdistrikt hin. Ei. Wann können wir denn einen bauen wieder? Bevölkerung von zehn. In der nächsten Runde schon. Können wir hier einen Unterhaltungskomplex zum Bau einstellen. Der in drei Runden fertig wird. Dann lasst uns doch nächste Runde auch hier das Kohlekraftwerk kaufen. Eins, zwei. Jede Runde, wir kaufen nächste Runde zwei Kohlekraftwerke. Dann bauen wir jetzt stattdessen hier die Uni. Hier oben in vier Runden Wohnviertel können wir auch anbauen. Wohnviertel brauchen die. Hafiendas können auch gebaut werden gleich noch. Wir bauen hier oben ein Wohnviertel. Jetzt sind wir wieder am Zuge. Angriff auf Baltimore, Leute. Hier, der will rüber siedeln, um uns zu töten. Der zieht rüber, um uns zu erwischen. Den kriegen wir nicht gekühlt, aber der sollte eigentlich nicht so gern an Land gehen. Auf die Stadt schießen wäre besser. Die Feldkanone kann die ja drüber schießen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, kann sie nicht. Jetzt ziehen wir erstmal einen unserer Seher neben die Stadt. Das bedeutet, dass jede Verletzung, die Stadt ist belagert, die wir der Stadt hinzufügen, im Lebensbalken bleibt. Die Stadt kann nicht mehr heilen. Von hier aus kann man Feuer, ach, auch auf das Schiffchen, sondern den Kürassier oder die Stadt runterbomben. Das ist ein Küran. Wir müssen nur das Feld da hinten blocken. Wenn wir das Feld blocken könnten. Der Janiro-Korps kühlt gleich auch den Kürassier. Lieber, wie wir gehen? Können wir nicht die Feldkanone, die Standort wechseln lassen mit der einen Bombarde und dann auf das Wasserfeld schießen? Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das so. Dann ziehen wir den. Hier hin. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Einmal feuern. Jetzt kann er nicht mehr feuern. Das war leider doch keine gute Idee, weil das war kein Hügel. Das kann man oft nicht gut erkennen. Wald und der müsste jetzt über diesen Hügel hinweg feuern und das geht nicht. Also das haut nicht hin. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Aber wir blocken alle Geländefelder. Das kann man auch machen. Wir können einfach nur mit denen gleich hier vorbei und dann läuft da auch nicht mehr so viel. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Wir ziehen mit ihm. Ich würde den großen General gerne vertreiben. Aber es kann sein, dass er dann in Baltimore landet, wenn man ihn vertreibt. Wir ziehen mal ein Feld vor hier hin. Wir ziehen mit der Bombarde. Da können wir auch angegriffen werden durch das Lager, oder? Steht das Lager auf dem Hügel? Ja. Das heißt, hier und hier sollten wir angegriffen werden können. Dann ziehen wir mit ihm hier hin. Mit ihm ziehen wir. Mit der Bombarde geht es hier hin. Mit der Bombarde feuern wir von hier einmal auf die Stadt. Mit der Bombarde schießen wir ein zweites Mal auf die Stadt. Mit der ein drittes Mal. Feuer frei. Ganz viel blauer Verteidigungsbalken reduziert. Wir haben noch einen. Nochmal. Einmal vor. Einmal vor und nochmal Feuer. Nochmal Feuer frei auf die Stadt. Und wenn wir diese Aktion nächste Runde nochmal machen, dann kriegen wir Baltimore. Dann ist die virtuelle Verteidigung weg und dann geht es dem Lebensbalken auch an den Kragen. Das kriegen wir alles hin. Hier auch noch ein großer General. Der blockt hier alles ab. Hier hinten. Oh, da hinten. Den hatten wir nicht mitgeblockt. Das habe ich leider nicht richtig gemacht. Wir ziehen den mal hier oben lang. Der hat leider ohne geschossen, aber das ist nicht entscheidend. Und mit ihm hier gehen wir gleich an Land. Das ist mir zu riskant gedacht. Mit ihm ziehen wir einmal zurück, damit wir mit ihm hier hinkommen. Er kann nächste Runde dann mit voller Kraft angreifen. Und mit diesem Mikor ziehen wir ebenfalls an Land. Und Seer können wir auch schon mal ein Stückchen weiter vorziehen. Das ist der große General hier hinten und der große General hier. Und den ziehen wir hier hin. Der bleibt hier. Der bleibt hier. Und der heilt. Das ist ein weiterer großer General. Mit ihm kann man an Land gehen. Mal ein bisschen alles ausspionieren. Hier können wir echt weit gucken. Das ist alles schon sehr hilfreich hier. Können auch mal Cleveland demnächst gucken gehen. Ich wette, nächste Runde fällt Baltimore. Ich denke ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der einen guten Teil seiner Truppen, der Teddy, im Süden hat. Im Südwesten bei den Mapuche. Der hat ja nur halb so viele wie wir. Wir haben den Großteil unseres Heeres jetzt hier konzentriert. Und da kann der, obwohl der die virtuelle Stadtmauer freigestaltet hat, im Augenblick nicht viel machen. Mal gucken, was der Rough Rider in der Mitte der Stadt noch an Schaden anrichten kann. Mal gucken, wie der Kürassier hinzieht. Aber wir sollten eigentlich, wir sollten es eigentlich hinbekommen, dass in der nächsten Runde Baltimore fällt. Bin ich optimistisch. Nein, das ist. Genau.